Moin Leute und wieder herzlich willkommen bei Zurück zum Garten live zu einer weiteren Frage aus der Community an mich. Schauen wir doch mal direkt rein, was die heutige Frage ist. Die Frage kommt wie immer über fragzurückzumgarten at gmail.com. Also wenn ihr auch eine Frage habt, einfach über diese E-Mail-Adresse mir eine Frage stellen und dann beantworte ich sie im nächsten Video. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Frage. Die Frage lautet, hi Dennis, ich wollte mal fragen, was du so für deine Fitness tust. Habe dein Healthy Lifestyle Video gesehen und mache seitdem auch fast täglich Übungen. Liebe Grüße, Seppo. Seppo, nice one, schön trainieren, fit bleiben, gerade jetzt in dieser Krisenzeit, finde ich, ist das wichtig. Aber zu deiner Frage, was mache ich für meine Fitness? Früher, ich hole mal kurz aus, früher war ich auf jeden Fall fünfmal die Woche im Fitnessstudio, aber das ist lange her. Also spätestens seit dem ersten Kind ist das eigentlich vorbei. Da habe ich weder die Zeit noch, ja, Lust schon, aber ich habe einfach die Zeit nicht dazu. Und dementsprechend habe ich lange nichts gemacht. Und ich muss auch sagen, also von meiner Form her, also die Leute, die mich von früher kennen, da ist fast nichts mehr. Also ich hatte, wenn man hier mal guckt, also ich hatte deutlich dickere Arme und Sixpack und alles, was dazugehört. Also ich war schon extrem fit früher in meiner Jugend, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Aber seitdem ich die Kids habe, also meine älteste Tochter ist jetzt sechs, seitdem geht fitnesstechnisch eigentlich wenig. Am Anfang war ich noch im Fitnessstudio, aber dadurch, dass ich extrem viel arbeite und auch eine Selbstständigkeit hochziehe und, 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 klappt das einfach zeitlich nicht mehr. Also wenn ich Zeit habe, hat das Fitnessstudio geschlossen. Oder die, die 24 Stunden, also rund um die Uhr auf haben, sind mir dann zu weit weg mit der Fahrerei, die Zeit möchte ich da nicht investieren. Deswegen, wie im Healthy Lifestyle Video, ich verlinke es mal unten für die, die es nicht kennen, habe ich mich dann irgendwann entschieden, zu Hause Übungen zu machen. Ich habe mir also eine Matte gekauft, ich habe mir eine Hantel gekauft und eine Klimmzugstange, die ist jetzt aber erst seit neuestem hinzugekommen. Also im Prinzip mit einer Hantel und einer Matte oder einem vernünftigen Teppich ist man von zu Hause aus für alles gewaffnet und kann eigentlich vernünftig Übungen machen. Wie ich am Ende ja auch gezeigt habe, also ich mache selber für mich, mache ich gar nicht viel, weil auch da, ich möchte jetzt nicht fünf Stunden zu Hause trainieren. Die Zeit und Lust habe ich, wie gesagt, einfach nicht. Ich trainiere mal eine halbe Stunde täglich und das setzt sich halt so zusammen, dass ich Liegestütze mache. Ich mache immer 30 Stück A3 mal, also drei Sätze immer A30 Liegestütze. Die variieren dann ein bisschen breit, eng, hoch, runter, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann mache ich Sit-Ups, aber die umgedrehte Form, ich weiß gar nicht, wie das im Fachjargon heißt, also praktisch, dass ich nicht Standard-Sit-Up mache, also dass ich hochkomme, sondern ich gehe mit meinen Beinen hoch, beziehungsweise mein Fitnesstrainer damals nannte es immer den Krabbelkäfer. Das heißt, wenn ich auf dem Rücken liege, wandert immer der rechte Arm zum linken Knie und umgedreht. Also das geht extrem auf den Bauch. Muss man am Anfang auch ein bisschen üben, damit man das Gleichgewicht hält und nicht zur Seite wegrollt. Aber wenn das dann geht, hat man da eine richtig effektive Bauchübung. Und ja, dann schnappe ich mir noch meine Handhüllen. Da muss ich mir aber noch mal ein paar andere besorgen, weil die, die ich hatte, waren jetzt zwei 10-Kilo-Handhüllen. Aber die reichen bei mir jetzt so gesehen, wenn ich effektiv auf Krafttraining aus bin, nicht aus. Dementsprechend muss ich mir da noch mal ein paar Gewichte zuholen. Aber aktuell ist es so, 10 Kilo rechts, 10 Kilo links und dann einfach curln, was das Zeug hält. Und das sind auch schon meine drei Übungen. Also ein bisschen was für, ne, hier, den fürs gute Gefühl sozusagen. Dann Bauchübungen, damit der Sixpack wieder durchkommt. So leichte Ansätze habe ich auch schon. Also ich denke, zum Sommer hin ist er wieder fit, auch wenn ihn dann niemand sieht, weil aufgrund der Krisensituation ja eigentlich, aber ich mache das auch nicht für andere, sondern wirklich für mich. Ich möchte einfach fit sein. Wenn ich morgens aufstehe, will ich nicht, ja, mit dem Rücken mir da irgendwie einen abbrechen, sondern einfach fit durch die Welt sein. Und dadurch, dass ich auch mein Training mache und mich auch vernünftig ernähre, also Ernährung ist ja auch so ein bisschen das A und O. Klar esse ich auch mal eine Pizza und ich ziehe mir auch einen Döner rein. So ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht der Vorzeige-Ernährungsberater. Aber ich achte schon darauf, dass ich Zucker halt ein bisschen runterfahre, habe mich auch ein bisschen belesen, zwei, drei Bücher zum Thema Ernährung mir jetzt in der letzten Zeit angelesen. Und dann setze ich so ein paar Sachen einfach um und hauptsächlich halt Zuckerreduzierung. Heilfasten mache ich im Prinzip automatisch schon, also dieses 16 zu 8 Gedöns, weil ich esse das erste Mal, ich bin kein Frühstückstyp, jetzt seitdem ich aktuell zu Hause bin, okay, klar, Frühstück, aber wenn ich normal arbeite, esse ich das erste Mal erst um 11 Uhr. Dementsprechend von 11 bis sozusagen abends die Kids 18, 19 Uhr Abendbrot essen und dazwischen habe ich meine 16 Stunden, also Heilfasten, ohne es zu wissen sozusagen, plus mein kleines Fitnessprogramm und ja, das reicht vollkommen aus. Ich nehme kontinuierlich so ein bisschen ab, so einen halben Kilo pro Monat oder auch mal ein Kilo. Das ist also nicht viel, aber ich lege es jetzt auch nicht auf Abnehmen an. Ich habe aber auch nicht viel Übergewicht, also von daher, mir geht es eher darum, einfach so ein bisschen gesünder unterwegs zu sein und Zucker zu reduzieren und einfach wieder ein bisschen fitter zu sein. Und das hilft mir halt im Garten, das hilft mir im täglichen Leben, einfach damit man nicht, ja, einrostet, ne? Wer rastet, der rostet. Und das kann ich einfach nur bestätigen, auch seitdem ich wieder ein bisschen Übungen mache, fühle ich mich einfach auch fitter. Also, Seppo. Erstmal freut es mich, dass du mein Video gesehen hast und jetzt auch mit Fitness angefangen bist. Ich hoffe, das inspiriert vielleicht noch den einen oder anderen weiteren. Einfach ein bisschen ein paar Übungen zu Hause machen. Das ist einfach besser, als wenn man nur auf der Couch sitzt, Chips frisst und Netflix guckt. Ich empfehle euch einfach, ein bisschen Bewegung ist gut und seitdem ich es mache, fühle ich mich auch deutlich besser. Und von daher, ich hoffe, Seppo, ich konnte deine Frage beantworten. Drei Übungen mache ich und die variieren so ein bisschen und zwischendurch baue ich noch Beine ein mit Ausfallschritt oder etwas dergleichen und mache einfach ein paar Kniebeuge. Und dann ist auch gut, das reicht für das tägliche Programm bei mir vollkommen aus. Seppo, ich danke dir für deine Anfrage bzw. für deine E-Mail und für die Leute, wie gesagt, die auch mal eine Frage stellen wollen, einfach frag zurück zum Garten at gmail.com und nicht vergessen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video, ich bin raus. Ciao, ciao und Leute, fit bleiben.